Guten Abend. Meine Damen und Herren. Willkommen zu den Raffnissen. Der Dino lebt! Der Dino lebt! Uh, kollektiver Rast aus beim HSV zur großen Meisterfeier am Arsch der Liga. Deutscher Meister! Immer erst der Liga! HSV! Ja, endlich Deutscher Meister. Und schon die zweite brillante übermenschliche Top-Saison in Folge. Da muss man sich erst mal ein bisschen hinfügen. Das ist einfach Trammer! Das ist so geil! Genau. Und das hier rechts auch geil. Schießmuskelmassage bei La Soppa. Geil, Leute, einfach. Und nächste Saison will der HSV das Terror-Trippel vollmachen. Bruno weiß auch schon wie. Na, dann viel Erfolg. Herzlich willkommen zu Grüß August Gauk, Folge 348. Hallo, schönen Tag. Hallo, hallo. Onkel Joachim tätschelt sich durch Bremen. Da werden die Groupies ganz wuschig. Ja, echt total nice und nice Karre, aber bloß nicht ansprechen, den Präsi. Herr Gauk, zwei ganz kurze Fragen. Nee, wenn ich O-Ton hab, gibt's nie Extratöne, das ist ne eiserne Regel. Ja, aber noch ein extra Selfie. Und dann? Tschüss! 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 War sonst noch was? Ach ja, Merkels Bürger-Dialog in Berlin, das gab's doch schon mal. Und wer erinnert sich noch an die drei wichtigsten Punkte? Wir hatten nur drei ausgewählte Themen, die haben wir vorgegeben. Wie wollen wir zusammenleben? Wie wollen wir lernen? Und das dritte haben wir jetzt, ähm, na, wissen Sie's noch? Nö. Na dann, nö mit Ö.